Hallo und willkommen bei NetChoice. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema, ja, mit was eigentlich? Hast du dir irgendwas überlegt? Ja, wir könnten die Religionsvertreter Teil 2 machen. Zu wenig Idee. Oh, mein Handy pept. Dann könnten wir das Internet Teil 2 machen. Aber das erste Video ist schon nicht gut angekommen. Verdammt. Ja, was mir gerade so einfällt, ist, dass du eigentlich mit dem Schnitt alles machen könntest und mich alles sagen lassen könntest, was du willst. Ja, das ist an und für sich schon wichtig, aber sowas würde ich nie tun. Mein Hintern macht es gesteigert zu. Moment mal, da warte, du Kleiner. Ich weck' dich, ich erwische, dann hörst du. Servus. Sie kennen das. Wieder viel zu motiviert und voller Energie? Aber Sie wissen, ihr Charakter in Ihrem MMO levelt sich nicht von alleine? Dafür haben wir jetzt die Lösung. Nerd-A-Raid. Mit dem neuen Nerd-A-Raid wird sie die Lust auf Sport nie wieder vom Zocken abhalten. Dieses Produkt wurde speziell für die komplette Demotivation für körperliche Bewegung entwickelt. Jetzt können Sie endlich auch bei den Großen mitspielen. Das neue Nerd-A-Raid. Auch im RID-Sexer-Park erhältlich. Geht Ihnen Ihr Boss, Ihr Nachbar oder einfach der Typ, der da so komisch guckt, auch so tierisch auf die Nerven? KILL Lando. Schreiend in den Tod. Jetzt auch optional mit Schalldämpfer. Ja, dann bräuchte ich hier nur noch ne Unterschrift, dass ich sie auch wirklich ermordet hab. Oh, Moment mal. Ah, ja... An den Details arbeiten wir. Servus! Ex-Gay. Verdammt. Ex-Gay. Für Männer, die sich im Regal vergriffen haben. Ex-Gay für Männer. Punkt. Gay. Ja, und somit herzlich willkommen auf der Endcard. Wie auch im normalen Fernsehen ist man auch auf YouTube Pro, wenn die Werbung endlich vorbei ist. Ja, und somit wollten wir euch auch mal Danke sagen für 29 Abonnenten, die wir jetzt schon erreicht haben. Und zwei Leute haben es tatsächlich schon geschafft, in die Kommentare zu schreiben. Yeah! Applaus, Applaus! Danke dafür! Und wenn euch das Video gefallen hat, wovon wir ausgehen, was wir hoffen, bitte natürlich wieder einen Daumen nach oben geben. Fleißig kommentieren. Und falls ihr unseren alten Shit einfach sehen wollt, seht ihr hier von eurer Seite aus gesehen, rechts, unsere alten Videos. Net versus Arschloch. Und das Internet. Genau. Das über Internet natürlich wieder. Richtig. Ja, und dann würden wir auch schon sagen wie jedes Mal, bis zum nächsten Mal bei Nerds Choice. Das war jetzt irgendwie ein bisschen Gay. Ach, findest du? Hi. Oh verdammt. Ach, Schalke. 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 Ach, Schalke.